Musik Hier lassen wir den Teig herunter, damit man ihn gleich ausrauben kann. Und äh, ja. Die Zähne sind los. Mit dem Finger oder so. Das ist sehr gefährlich. So, kannst du auch mal auflöpfen. Dann kannst du mir so ausziehen. Dann kannst du auch mehr. Warte, ich habe das Kiste. Ich habe das Kiste, ich habe das Kiste. Oh. So, ey, dass man alles in der Hälfte ist. Das merkt sich. Das merkt sich. Also. 1, 2, 3, 4. Wollen wir mal schauen? Okay. Kannst du dann schauen, dass die Töne ist? Oh. Du musst abbekommen. So. So. Oh. Du musst abbekommen. Du musst abbekommen. Das ist abbekommen. Du musst abbekommen. Du musst abbekommen. Du musst abbekommen. Hier gehören die Tiere, was sie mir lieben. Kann ich dir helfen? Kann ich mir helfen? Ich bin sonst nicht drauf. Ja, du kannst dir einfach zwei Jahre lang. Das ist ja nicht so schlimm. Hattel, willst du dir nachschauen? Aufpassen, ganz frohe Bespürung. Ja, es ist heiß. Aufpassen, das ist jetzt so schlimm. Das ist nicht so schlimm, sonst... Du musst immer ganz ehrlich machen. Ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Obwohl Döder muss ich. Oder ist das so? Oder ist das so? Ein bisschen Marzipan, oder? Schau, ich habe mich auf hinten. Ein bisschen heizt. So, ich hab mir das selber in der anderen Uhr. Jawohl. Gut. Ja, alle sechs. Saunen, sechs. Geht doch aus. Geht doch aus. Juhu! Schlecht doch, Schlecht! Schlecht doch, Schlecht! Juhu, ins Mittelfahr! Uuuu! Ach, es geht noch nicht drauf! Juhu! Oh, die Brüder, die kann ich nicht fragen.